Guten Abend, willkommen zu meinem kleinen Vortrag über die Lunge aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin. Es haben sich schon die Ersten hier erkannt. Wir zeichnen das Webinar auf. Ihr habt sicherlich einen Hinweis bekommen. Meistens bekommt man den, bevor man sich einloggt bzw. bevor das Webinar losgeht. Das heißt, man könnte eventuell jetzt erkannt werden, wenn man etwas in den Chat schreibt. Mein Name ist Tina Doxteder. Ich bin Tierheilpraktikerin seit über 20 Jahren. Mein Schwerpunkt ist die traditionelle chinesische Medizin und ich unterrichte seit 2010 mein Lieblingsthema. Die TCM in all ihren Aspekten, nicht nur die Akupunktur, sondern auch die Arzneimitteltherapie und vieles weiteres. Ich freue mich, dass sich so viele angemeldet haben. Hallo aus der Hauptstadt, hallo hier von der Nordseeküste. Genau, die Ostsee war schon dabei. Ist es für euch okay, wenn wir uns duzen? Wenn ich Du sage, ist jemand dabei, der das nicht möchte? Ganz viele kenne ich sowieso schon von euch. Super, prima, wenn jemand nicht geduzt werden möchte, dann müsste er das mal eben kurz in den Chat schreiben oder mir mitteilen. Super, prima. Das Webinar ist eigentlich an Menschen gerichtet, die gar keine Vorkenntnisse haben. Das heißt, von der traditionellen chinesischen Medizin noch nichts gehört haben oder noch nicht viel wissen. Wie steht es um eure Kenntnisse? Ich weiß, es sind viele dabei, die haben sehr gute Kenntnisse. Die könnten jetzt, dass wir wieder eigentlich selber halten. Ja, etwas. Das hört sich für mich schon mal gut an. Prima. Ist jemand dabei, der noch gar nicht mit der traditionellen chinesischen Medizin in Kontakt bekommen ist. Bisher wenig. Prima. Kaum. Super. Genau. Sehr schön. Gut, für euch ist es sicherlich interessant. Für diejenigen, die schon viel wissen, ist es eigentlich, wenn dann nur eine Wiederholung. Dass man mich vielleicht noch mal hört und manchmal hört man mich ja auch ganz gerne. Kaum, schreibt Petra. Gut. Super. Okay. Sehr schön. Legen wir los. Die Lunge. Mit der Lunge verbinden wir Atemwegsprobleme, Husten, Bronchitis. Das ist das, was der Tierarzt vielleicht kuriert, wenn er kommt zum Pferd oder wenn Hund und Katze zum Tierarzt gebracht werden. Aber die Lunge kann eigentlich noch wesentlich mehr in der traditionellen chinesischen Medizin für Tiere und natürlich auch für Menschen. Die Lunge heißt eigentlich Fei im Chinesischen und sie wird angesiedelt im Metall-Element. Das heißt, wir haben fünf Elemente und Lunge und Dickdarm sind zwei Partner, die sich im Metall-Element wiederfinden. Metall ist etwas Leuchtendes, etwas, was man formen kann, was vielleicht auch flüssig werden kann. Dann belassen wir es erst mal dabei, schauen wir uns einfach nur ganz kurz diese Elemente an und wir wissen, die Lunge findet sich im Metall wieder. Sie kontrolliert den Zyklus der Qi-Zirkulation. Das Qi ist die Lebensenergie, die Energie, die ich in meinem Körper habe. Sie soll immer frei fließen können. Wenn sie nicht frei fließen kann, bin ich voller Stagnationen, voller Schmerzen. Es geht irgendwo nicht richtig weiter. Und ich bekomme Erkrankungen. Und die Lunge kontrolliert das Ganze, bringt es so ein bisschen in die richtigen Bahnen. Man nennt sie auch den weißen Kaiser in der traditionellen chinesischen Medizin. Beim Menschen ist sie das am höchsten gelegene Organ. Eigentlich kommt da ja noch das Gehirn, aber das ist ein außerordentliches Organ in der traditionellen chinesischen Medizin. Beim Tier wäre es dann das sozusagen am vordersten gelegene Organ. Chinesisch gezeichnet stellen wir uns die Lunge als Baldachin vor, als Schirm aus acht Blütenblättern. Wir sehen hier eigentlich nur sechs Blütenblätter und zwei Ohren sozusagen. Das Ganze macht dann acht und die Lunge beschützt die anderen Organe, bietet ihnen Unterschlupf. Und wenn die Lunge nicht gut funktioniert energetisch, kann es ziemlich schnell zu Erkrankungen kommen. Die Lunge ist ein verletzliches, sehr zartes Organ. Auf die Lunge sollte man immer gut Acht geben. Wir denken an Atemwegserkrankungen, wenn wir von der Lunge sprechen. Wir denken an Husten, Bronchitis, Asthma, an die typische Erkältung, die im chinesischen auch Wetterfaktoren beinhaltet, nämlich Windkälte. Man hat sich eher erkältet. In Norddeutschland ab November haben wir Windkälte, Feuchtigkeit. Es ist dann ziemlich lausig hier an der Küste und man erkältet sich relativ schnell. Man friert, die Nase ist irgendwie so, dass das Sekret läuft, die Lunge ist ein bisschen beeinträchtigt, man fühlt sich schlapp. Greift vielleicht zum Bohe, das ist die Minze. Im chinesischen die chinesische Ackerminze. Viele Menschen kochen sich einen Pfefferminztee oder geben dem Pferd dann vielleicht Pfefferminze zu fressen oder kochen gar den Tee für den Hund. Wenn wir diese Erkältung nicht behandeln, wandelt sich das irgendwann in Windhitze um. Es kommt der fieberhafte Infekt. Jetzt wird das Sekret eingedickter, pappiger, gelblicher. Man fängt an zu schwitzen, ist es einem irgendwie warm. Man verspürt aber auch noch Kälte der Erkältung. Der Rachen ist entzündet, der Kehlkopf, die Bronchitis stellt sich ein. Alles ja noch gar nicht so schlimm, wenn wir es bis hierhin dann ausgeheilt haben. Wird es nicht ausgeheilt, geht es dann irgendwann in die chronisch-obstruktive Bronchitis. Insbesondere beim Pferd wissen wir, wir müssen die Lunge therapieren. Wir müssen eigentlich den Tierarzt holen oder den chinesischen Therapeuten und ihm sagen, bitte heile die Lunge meines Pferdes, meines Hundes, meiner Katze, damit es nicht in diese obstruktive Bronchitis verlaufen kann. Und das Endstadium wäre dann irgendwann die Dämpfigkeit, die natürlich keiner möchte bei seinem Tier. Die Lunge öffnet sich in der Nase. Durch die Nase treten natürlich auch schnell Erreger ein. Viren, auch Bakterien machen das Tier dann krank. Das, was wir vielleicht als Mensch machen, ist etwas Scharfes, was wir zu uns nehmen, um diese Erkältung herauszuschwitzen, dann läuft ganz stark die Nase. Oder wir beginnen zu inhalieren. Das habe ich als Kind immer gehasst, mit dem Topf und dem Handtuch über dem Kopf. Das fand ich ganz schrecklich. Aber es hat geholfen, dass dann die Erkältung schnell auskuriert war. Es kommt zum Schnupfen, aber auch zum Heuschnupfen. Auch der Heuschnupfen, die Pollenallergie, ist in der Lunge angesiedelt, chinesisch. Und natürlich zu Inhalationsallergien, Staub, Schimmel etc. Wenn wir die Lunge betrachten, ganz global, schauen wir uns das Fell des Tieres an. Eine gesunde Lunge zeigt sich in einem schönen, dichten, glänzenden Fell. Wenn das nicht der Fall ist und ich sehe irgendwo Fellstörungen, trockenes Fell, Probleme schon im Fellwechsel beim Pferd. Ich sehe vielleicht Eczeme, ganz schlimm. Dieser Hund hier, der ganz stark betroffen ist von einer Malasitien-Dermatitis. Steht ja auch unten in dem Link zum Bild. Der hat natürlich ziemlich gelitten. Wenn der eine starke Lungenallergie hätte, hätte er das vielleicht gar nicht so schlimm bekommen. Was hier auffällig ist bei diesem Hund, ist eigentlich die Zeichnung des Lungenmeridians. Der hier entlang verläuft, dann in die Brust hinein verläuft. Wir gehen nicht mehr über den Hals mit dem Lungenmeridian, haben aber innere Verläufe über den Lungenmeridian, um natürlich Hals und Kehlkopf zu erreichen. Hier ganz, ganz spannend, dass man sogar einen Meridian erkennen kann, der von einer Hauterkrankung betroffen ist. Vielleicht ist Fellprobleme im Fellwechsel. Hier müssen wir chinesisch extrem an die Lunge denken. Genau, sieht aus wie auf dem Röntgenbild. Hier müssen wir extrem an die Lunge denken und müssen die Lunge eigentlich abfangen und stärken, damit sich keine weiteren Pathologien einstellen können. Wenn ich das dem westlichen Mediziner erzählen würde, würde der sagen, die Haut hat jetzt nichts mit der Lunge zu tun. Das ist ja das Organ, was das Tier in seinem Brustkorb hat. Chinesisch haben wir die Haut, die sich in der Lunge öffnet und haben ganz, ganz viele Hauterkrankungen zu therapieren über die Lunge, über den Lungenmeridian, über Stärkung oder Beruhigung der Lunge als solches. Das Sommerexem des Pferdes, eine große Lungenstörung, häufig mit Husten kombiniert. Dann ist es meistens so, ich komme im Winter, um den Husten zu therapieren und ab Frühjahr, Sommer komme ich dann für das Sommerexem. Es wechselt sich ab. Meistens ist es so, wenn das Pferd vom Sommerexem stark befallen ist, dann hustet es vielleicht gerade nicht so stark und umgekehrt. Dann lässt das Sommerexem zum Herbst langsam nach und der Husten beginnt wieder. Urticaria, Nesselsucht, ein großes Thema der Lunge. Die Mauke, jegliche Hautstörungen und Hautstörungen, gerne auch immer mit Asthma und Husten kombiniert. Das ist die Lunge in der traditionellen chinesischen Medizin. Der Lungentyp, das anfällige Tier, welches in der Lunge eine Schwäche hat, hat eine dünne Haut. Dünne Haut bedeutet jetzt nicht, dass die Haut an sich tastbar dünn wäre. Es ist symptomatisch oder symbolisch auch gemeint, dass diese Typen sehr anfällig sind, emotional anfällig sind, sehr leicht, sehr unterwürfig sein können. Die werden immer ein bisschen ausgesondert von anderen Pferden, von anderen Hunden und Katzen. Und meistens sondern sie sich auch selbst ein bisschen ab und wollen mit den anderen gar nicht so viel zu tun haben. Sie sind einfach total empfindlich. Es fehlt ein bisschen der Panzer, der Panzer, der aus Metall ist, der sie dann vor äußeren Einflüssen schützt. Vor den ganzen Pollen, vor dem Staub, vor dem Schimmel und natürlich auch emotional und psychisch. Das sind sehr schwache Tiere, die irgendwie auf alles reagieren, mit allem irgendwo in eine Reaktion gehen, in einen Kontakt gehen, der eigentlich nicht gut ist und nicht normal ist. Zum einen ist es so, sie sondern sich ab, suchen den Kontakt nicht und reagieren extrem auf Dinge, auf die sie eigentlich gar nicht reagieren sollten. Wir haben für jedes Organ eine maximale Zeit. Für die Lunge ist es so, morgens von drei bis fünf hat die Lunge ihre maximale Zeit auf der Organuhr. Das heißt, viele Lungenstörungen treten zu dieser Zeit auf. Das könnte das Kleintier sein, was sich verstärkt wützigerweise juckt, verstärkt über die Haut reagiert. Habe ich ganz häufig bei Juckreizpatienten, dass sie sich von drei bis fünf extrem viel kratzen. Es könnte das Pferd sein, was zwischen drei und fünf verstärkt hustet. Meistens wissen wir das nicht. Es soll denn, die Pferde werden extrem früh gefüttert. Dann kriegt man das vielleicht mit, ansonsten ist es schwierig. Wenn jemand die Pferde am Haus hat, dann hört er das vielleicht. Aha, jetzt ist es wieder zwischen drei und fünf und mein Pferd hustet so extrem. Es kann aber auch sein, dass gerade zu dieser Zeit Husten und Juckreiz sich bessern. Denn das Organ ist maximal mit Energie durchflutet, hat ganz viel Kraft und hat vielleicht Kraft, sich gegen seine Pathologien ein bisschen durchzusetzen. Dann kann es sein, dass es zu dieser Zeit besonders gut ist. Das heißt, in der Anamnese meines Patienten frage ich auch immer, wann sind Symptome sehr stark, wann bessern sie sich. Gibt es jahreszeitliche Änderungen, gibt es zeitliche Änderungen auf der Organur? Häufig ist es so, von drei bis fünf berichten dann die Tierbesitzer besondere Dinge. Kratzt sich, hustet oder es bessert sich zu dieser Zeit. Dann habe ich hier einmal den Lungenmeridian ganz schematisch dargestellt mit Punkten. Die Punkte sind jetzt nicht absolut exakt auf den einzelnen Akupunkturpunkten. Es fehlen, glaube ich, auch irgendwie ein paar Punkte. Wir haben elf Punkte im Lungenmeridian. Und ich habe hier einfach nur mal ein bisschen schematisch den Verlauf dargestellt. Einmal beim Pferd und das Gleiche auch beim Hund. Wenn wir uns das anschauen vom Verlauf her, bleiben wir beim Pferd. Das ist etwas übersichtlicher, weil die Gefäße hier nicht dargestellt sind. Was für Pathologien könnten wir vielleicht behandeln über den Verlauf des Lungenmeridians? Wir sind schon hier oben an der Lunge. In diesem Bereich hier. Im ersten Punkt der Lunge. Das heißt, damit könnten wir die Lunge behandeln. Was könnte man noch strukturtechnisch behandeln? Im Verlauf des Lungenmeridians. Vom Bewegungsapparat her zum Beispiel. Larmheiten der Vordergliedmaße. Genau. Vorderbeinerkrankungen. Fast jeglicher Art ist es das gesamte Vorderbein betroffen. Die Ellbogendysplasie beim Hund. Eine OCD. Auch mehr auf den Hund bezogen. Genau. Was haben wir noch im Verlauf des Lungemeridians sichtbar? Atlas und also Atlas erster Halswirbel. Prinzipiell ist es richtig, aber es ist nicht im Verlauf. Denn der erste Halswirbel wäre ja hier. Wir haben da eine Fernwirkung auf den ersten Halswirbel. Das ist richtig. Aber so vom Verlauf her kommen wir da theoretisch nicht dran. Ans Herz kommen wir auch tatsächlich nicht mehr so nah ran mit dem Lungenmeridian. Wir sind zwar am oberen Erwärmer, wo sich Lunge und Herz befinden. Aber so von der Lage her ist das schon etwas herzferner. Sehnenschäden, die Beugesehnen, Huferkrankungen. Genau, die kommen für den Atlas ist gut auf jeden Fall. Genau, wir haben den Huf mit drin. Eskapalgelenk können wir behandeln. Und wenn wir uns den Hund anschauen, dann wäre es sozusagen die erste Zehe, sozusagen die Daumenkralle, die wir mitbehandeln könnten, über den Verlauf des Lungenmeridians. Die Lunge gehört zum Metall, hatten wir vorhin schon gesagt, und ist wie ein Schutzschild, wie ein Panzer beschützt und gibt Kraft. Die Jahreszeit des Metallelementes oder auch der Lunge ist der Herbst. In China ist es so, dass der Herbst sehr, sehr trocken ist. Bei uns ist Herbst ja schon wirklich feucht, kalt, windig, ekelig. In China wird das sehr, sehr trocken. Das heißt, die Lunge leidet unter Trockenheit. Das können wir vielleicht ein bisschen ummünzen für uns Menschen im Herbst. Im Herbst dreht man die Heizung an und die Haut wird dann meistens so trocken. Das heißt, man fängt an sich zu kratzen, zu jucken, zu cremen, die Schienbeine jucken. Vielleicht ist auch der Kot irgendwo trocken geworden. Man leidet eventuell unter Verstopfung. Die Nase ist irgendwie ausgetrocknet. Das wäre dann vergleichbar mit dem Herbst über das Metallelement in China, weil es bei uns dann trocken wird, in den Räumen. Im Herbst können also Symptome zunächst auftreten oder auch vermehrt auftreten. Da fängt es auch so langsam an mit den Erkältungen. Da kommt der Fellwechsel dann zum Herbst. Es muss sehr viel Fell produziert werden. Das raubt dann den Pferden viel Energie. Beim Hund ist es ja manchmal so, dass der vielleicht gar nicht so sehr zum Herbst wechselt. Also unsere Hündin, die ist jetzt gerade im Fellwechsel. Erneuert jetzt gerade mal ihr Fell, so mitten im Sommer. Die Emotion der Lunge ist die Trauer. Das heißt, sie wird durch Trauer krank. Wir hatten gesagt, die Lunge kann als weißer Kaiser bezeichnet werden. Und weiß ist eigentlich die Trauerfarbe in China. Die würden dann in weiß gekleidet zu einer Beerdigung gehen. Wenn jetzt ein Tier im Tierheim abgegeben wird, kommt es ja ganz häufig vor, sie sind traurig, sie leiden, entwickeln häufig dann Hautprobleme, Haut- und Fellprobleme. Oder bei den Pferden ist es so, das Pferd wird verkauft, der Freund ist irgendwie nicht mehr da. Es muss vielleicht mit einem anderen Pferd zusammenstehen. Und es entwickelt daraus dann eine Bronchitis, die chronisch ist und irgendwie nicht zu therapieren ist. Die Lunge sorgt dafür, dass der Organismus die reine Lebensenergie, das Qi aus der Luft einatmen kann. Das unreine Qi dann abatmen kann. Wir haben also einen Austausch, einen Sauerstoffaustausch, Sauerstoff rein, CO2, Kohlendioxid raus. Wir haben ein Organ des Aufnehmens und Abgebens, ein sehr rhythmisches Organ. Und die Lunge leidet extrem unter Rhythmusveränderungen. Wenn ich also den Rhythmus meines Tieres verändere und sage, Frühstück gibt es jetzt nicht mehr, wir fangen erst um 12 Uhr mit der ersten Mahlzeit an, dann könnte das Tier dadurch schon ziemlich durcheinander sein, wenn es in der Lunge nicht ganz so gut mit Energie bestückt ist und kann das vielleicht gar nicht vertragen. Oder ich stelle irgendwo das Katzenklo an eine andere Stelle und die Katze kommt darauf überhaupt nicht klar. Die Lunge ist für harmonisches Kommunizieren verantwortlich, für Geben und Nehmen. Dass ich etwas geben kann, dafür aber auch etwas nehmen kann. Viele Menschen geben sehr viel, tun sich mit dem Nehmen aber schwer. Meistens sind es Therapeuten, die sagen, lass mal deinen Geldbeutel stecken, das haben wir jetzt so gemacht, dass man Schwierigkeiten hat, dann dafür vielleicht auch den Ausgleich zu nehmen. Wenn die Lunge krank ist, kommt es meistens allgemein zum Schiemangel. Das heißt, es fehlt irgendwie an Energie. Man hat nicht genügend Brennstoff auf dem Auto, sozusagen nicht genügend Betriebsstoff. Man ist allgemein schwach, müde, antriebslos. Das Pferd schafft vielleicht den Sprung nicht mehr. Der Hund dackelt ganz langsam auf dem Spaziergang, hat eigentlich gar keine Lust und möchte viel lieber schlafen. Es fehlt an Energie. Und das passiert ganz schnell in der Lunge, dass das Lungen-Chi sich erschöpft. Wir Menschen können das sehr schön stärken über Atemübungen, Tai-Chi, Qigong, Yoga. Ganz, ganz wichtig eigentlich für uns Menschen, dass wir vernünftig mit Chi, mit Luft-Chi versorgt sind. Die Lunge verteilt ein weiteres Chi, das Abwehr-Chi, bis in die äußersten Körperteile. Das heißt, die Lunge ist für das Immunsystem zuständig. Wie stark ist das Immunsystem des Tieres? So stark, wie die Lungenenergie eigentlich ist. Sie baut ganz viel von diesem Abwehr-Chi. Sie schützt den Körper vor Bakterien, vor Viren, vor Unterkühlung. Sie wärmt den Körper. Und sie verteilt auch die Körpersäfte. Sie befeuchtet also, befeuchtet intensiv die Haut. Die Schleimhäute, Nasenschleimhaut zum Beispiel. Das heißt, wenn das Tier, der Mensch eine schöne, durchsaftete Haut hat, dann ist die Lunge meistens gesund. Und die trockene Haut, trockene Nase etc., das kann die Lunge sein. Die schon energetisch erkrankt ist. Und durch die Trockenheit fangen sich viele Tiere dann an zu jucken. Werden Juckreizkandidaten, wo ich aber eigentlich nichts sehen kann. Keine Papel, keine Pustel, kein Pickel. Das ist einfach die super trockene Haut, die dann zum Jucken bringt. Die Lunge ist ein Vermittlerorgan zwischen Organismus und Umwelt. Sie geht in den Austausch, geht in die Kommunikation. Hier können wir auch sehen, geht das Tier in die Kommunikation. Setzt es sich mit anderen Tieren, Menschen, mit seiner Umwelt auseinander. Oder schottet es sich ab, möchte es eigentlich gar keinen Kontakt. Fühlt es sich wohl in seiner Haut? Oder vielleicht auch nicht, zeigt es dann Hauterkrankungen, Eczeme, Juckreiz. Die Lunge wärmt den Körper, hält ihn auf einer gleichmäßigen, angenehmen Temperatur. Das kennen wir, wenn wir mal erkältet waren, dann war uns meistens kalt. Man bekam ein Frösteln, fing an zu frieren, wollte dann irgendwie nur ins Bett gehen, hat noch einen heißen Tee oder heiße Milch mit Honig zu sich genommen und geht ins warme Bett. Sie schützt den Körper vor dem Eindringen von äußeren pathogenen Faktoren. Die Chinesen haben das Wetter beobachtet, die Natur beobachtet und die haben gesagt, windgelte Feuchtigkeit, das macht den Organismus auf jeden Fall krank. Deswegen haben wir es hier an der Nordsee manchmal etwas schwerer mit unserer Gesundheit und möchten dann spätestens so, wenn Weihnachten vorbei ist, eigentlich nach Italien, Teneriffa auswandern, weil man einfach keine Lust mehr hat auf dieses ekelige Wetter. Das zählt ganz schön an einem und da braucht man eine starke Lunge, um das alles abwehren zu können. Ist das Lungenski schwach, dann ist der Körper leicht anfällig für Erkrankungen. Und dann hat er immer zu kämpfen. Ich kenne viele Tiere und auch Menschen, die irgendwie ab November krank werden und das zieht sich irgendwie bis März, April. Das ist natürlich nicht gut, wenn ich einmal einen Infekt habe, dann möchte ich den abwehren, aus dem Körper ausleiten, möchte dann auch wieder gesund sein. Und die Berliner möchten auch weg dann, genau. Ist ja auch auf jeden Fall immer noch Norddeutschland. Aber im Süden sieht es wahrscheinlich dann auch nicht viel besser aus. Die Lunge kontrolliert die gesunde Funktion der Schweißdrüsen. Ist die Lunge energetisch chinesisch erkrankt, schwitzt das Tier häufig stark. Das betrifft auch Menschen. Ich hatte mal einen Teppichverleger im Haus, der sich gleich entschuldigte und sagte, es tut mir leid, ich bin schwer lungenkrank und ich schwitze sehr stark. Der hat sehr stark geschwitzt und das tropfte alles. Und der tat mir total leid, dieser arme Mensch. Und da habe ich noch so chinesisch gedacht, die Lunge kontrolliert die Schweißdrüsen. Wir können über die Akupunktur, auch über chinesische Arzneien versuchen, die Schweißdrüsen etwas besser zu kontrollieren. Dass wir ein übermäßiges Schwitzen eindämmen können. Beziehungsweise das Gegenteil erreichen, das Tier auch mal ordentlich zum Schwitzen bringen zu können. Wie wir Menschen, wenn Oma sagt, das musst du ausschwitzen, deine Erkältung. Sie sorgt für einen gesunden Flüssigkeitshaushalt. Das Metalltier, das Lungentier hat eigentlich schön geformte Strukturen. Alles schön klar abgegrenzt. Wenn es krank wird, kommt es meistens zu Schwellungen, Ödemen. Eher so im vorderen Körperbereich, im Kopfbereich. Wenn es der hintere Körperbereich ist, die Hinterhand, dann ist es meistens die Niere oder die Milz, die schwach ist. Und für Ödeme dann im hinteren Bereich sorgt. Hier ist es mehr der vordere Bereich für die Lunge. Dass man irgendwelche Wasseransammlungen oder Reaktionen im vorderen Teil bekommt. Und Franziska fragt oder sagt, ich schwitze nachts immer zwischen 2 und 4 Uhr. Und dann bin ich klitschnass. Können wir einmal ganz kurz auf die Organuhr gucken. Behalten wir diese Folie im Kopf. Ihr könnt euch hier auch das Skript runterladen. Ich zeige euch das gleich nochmal eben. Zwischen 2 und 4 Uhr. Genau, das ist so ein Zwischending eigentlich. Zwischen Leber und Lunge. Der Übergang aus der Leberenergie in die Lunge, in den Durchfluss. Und wir müssen ein bisschen schauen. Sagt Sabina schon Sommerzeit. Es könnte vielleicht etwas mehr die Leber oder etwas mehr die Lunge sein. Das heißt, hier müsste man etwas abgrenzen. Hat man sehr viel zu entgiften? Sehr viel loszuwerden? Ist man eher stagniert? Manchmal auch mal wütend, dass man explodieren könnte? Oder ist es so, dass man vielleicht eher mit den Atemwegen Probleme hat? Mit der Haut Probleme hat? Geht es also mehr in die Leber bzw. in die Lunge? Und kann beides sein. Klitschnass können die Poren der Lunge sein. Es könnte aber auch ein Yin-Mangel der Leber sein. Da müsste man so ein bisschen schauen, in welche Richtung jetzt dieser Patient geht, wenn es ein tierischer Patient wäre. Denn wir dürfen ja keine Menschen behandeln. Außer natürlich uns selber. Oder wenn man mal etwas für die Familie tut und da kein Geld für nimmt, dann ist das auch irgendwo legitim. Diese Folien könnt ihr euch runterladen. Habt ihr das gesehen im Ordner Dokumente bei euch in eurem Bereich? Oder weiß jemand nicht, wie das funktioniert? Dann zeige ich das nochmal eben. Jemand dabei, der sagt, wo ist das? Finde ich nicht. Habt ihr das alle gefunden? Ja. Dann schmeiße ich hier mal eben das Screen Sharing an. Der verbindet sich jetzt gerade und dann sieht es wahrscheinlich gleich bei euch so aus, dass hier so ein gedoppelter Bildschirm irgendwie ist, der sich so ins Unendliche verläuft. Und ich springe jetzt mal eben rüber, kann euch jetzt nicht mehr sehen. So sieht mein Bereich aus. Das sieht bei euch sicherlich irgendwo ähnlich aus, außer vielleicht der Reiter Teilnehmer, der dann wahrscheinlich fehlt. Und hier im Reiter Dokumente ist das Script hinterlegt und das kann man dann mit dem Button Download oder dem Wort Download sicher runterladen, abspeichern. Das ist eine PDF-Datei. Das heißt, ihr müsst euch, wahrscheinlich habt ihr auf den Link geklickt, diesen Einladungslink oder Erinnerungslink. Und ihr müsst euch sonst einmal bei AdiOdip einloggen mit eurer E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann seht ihr das hier zu dem Webinar. Wie gesagt, es wird aufgezeichnet und irgendwann steht hier wahrscheinlich Video ansehen. Da erscheint dann der Button, wenn ich das freigeschaltet habe. Ich komme mal eben zurückgesprungen und beende das hier mal eben. Okay. Gut. Und jetzt müsstet ihr gleich wieder die Präsentation hier sehen können. Okay. Gut. Das war das Schwitzen, wo eben halt Franziska eben sagte, Mensch, da bin ich immer schweißüberströmend zu der Zeit. Könnte super zur Lunge passen. Dann hatten wir die Ödene besprochen und Haut und Fell ganz extrem wichtig. Die trockene Haut, die nicht befeuchtet und durchsaftet ist, der Juckreiz. Und meistens ein Teufelskreis bestehend aus Asthma und Eczem. Und dann haben wir einen Patienten, der schwierig zu therapieren ist, beziehungsweise ein eigenes Tier, mit dem man in Therapie geht. Und das Ganze ist ziemlich zäh. Es dauert. Es tut sich erst mal vielleicht nicht viel. Man hat schon keine Lust mehr, das durchzuhalten. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit der Therapie, dann wird es so langsam besser. Die Lunge leidet sehr unter Kummer. Das heißt, bei Tieren mit Atemwegsproblemen frage ich auch immer, während der Anamnese, wenn ich mich so ein bisschen eingeschwungen habe, den Besitzer und das Tier, gibt es da vielleicht ein Kummerthema. Und häufig überlegen dann die Tierbesitzer und sagen, Mensch, ja, da sind wir umgezogen oder da hat er seinen Freund verloren oder er kommt aus dem Tierheim und sehen dann tatsächlich da eine Verbindung zum Kummerthema. Ich hatte einmal einen Hund behandelt. Ein kleinerer Hund, der hatte wirklich nur noch drei Haare. Das war ganz niedlich, so auf der Stirn, so irgendwie so drei Haare und hatte gar kein Fell mehr. Das hat er sich alles irgendwie rausgeleckt und dann war es ausgefallen. Und ich hatte einen Hausbesuch gemacht. Während der Anamnese saß ich in der Küche mit der Besitzerin und der Hund, saß im Badezimmer, konnte mich vom Badezimmer aus theoretisch sehen, wenn er mir nicht den Rücken zugedreht hätte. Und hatte mir also die ganze Zeit den Rücken zugedreht. Das fand ich irgendwie sehr interessant, was man alles so sieht. Dann auch von den tierischen Patienten und die Besitzerin berichtete, der Vater war gestorben. Sie hatte den Vater gepflegt und der Vater wurde dann eben halt abgeholt vom Bestattungsunternehmen. Und der Hund hat noch drei Tage unter dem leeren Bett gesessen, bis man ihn da irgendwann hervorholte und sagte, ja, das bringt jetzt nichts mehr, weil der Vater eben halt verstorben ist. Dann fiel das Fell aus. Er leckte sich das alles aus. Und das Ganze war drei Jahre her. Und dann hörten die von mir, Mensch, da gibt es jemanden, der arbeitet mit Naturheilkunde. Ruf die doch mal an. Und ich habe den Hund behandelt. Und als allererstes kam erst mal die Lebensfreude wieder zurück. Der fing an zu spielen und war tatsächlich dann irgendwann verändert, ausgewechselt. Und das Fell wuchs dann wieder nach. Und irgendwann sah der auch wieder ganz normal aus. Also das Thema Kummer ist ein ziemlich heftiges Thema. Ich muss gestehen, ich habe den auch homöopathisch behandelt, den Hund begleitend, weil er auf ein homöopathisches Mittel so wunderbar ansprach. Also das zeichnete sich sofort ab während der Anamnese. Ja, das fand ich ganz traurig. Aber ich fand es auch sehr schön, dass wir den wieder in die Gesundheit zurückführen konnten. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und ansonsten gibt es einen tollen Kummerpunkt. Das ist der Lunge 7. Wenn man den behandelt, dann sieht man häufig ganz ausgewechselte Tiere, die auf einmal wieder fröhlich werden und anfangen zu spielen. Ich hatte selbst mal eine Behandlung, eine Akupunkturbehandlung wegen anderen Dingen. Eigentlich wegen meiner Schilddrüsenstörung. Und dann lag ich da auf dem Bauch und der Therapeut stach mir den Zustimmungspunkt der Lunge, den Blase 13. Und da war unsere Hündin verstorben letztes Jahr. Die war aber schon vier Wochen tot. Und eigentlich hatte ich gar nicht so dieses Kummerthema. Also es war nicht so, dass ich jeden Tag um sie weinen musste. Und nach dem Stechen dieser Punkte flossen die Tränen wie verrückt. Da löste sich nochmal dieses Kummerthema bei mir. Und ich habe da noch eine Stunde auf der Liege geheult. Weil das war unglaublich. Und danach war das auch gut. Also da hat er nochmal etwas in Bewegung gesetzt, was irgendwo losgewerden musste oder abgearbeitet werden musste. Und dann war es auch irgendwie ziemlich gut. Das war bei mir was Blase 13. Und Lunge 7 ist ein ganz, ganz toller insgesamter Kummerpunkt. Und mein Therapeut war nur an Blase 13 an den Zustimmungspunkt gegangen für die Lunge. Hat die Lunge behandelt. Und dann hat sich da gleich dieses ganze Thema einmal losgewaschen sozusagen. Das heißt, das große Integrationsthema der Lunge ist chronischer Kummer. Häufige Konflikte, Todesangst, war richtig, richtig Panik gehabt. Häufig danach auch nochmal wieder eine Lungenstörung. Beim Mensch kann das schon das Geburtstrauma sein. Oder eben mal die Nabelschnur um den Hals gehabt. Dass sich dann die Lungenstörung extrem zeigt. Genau, Blase 13. Richtig. Und insgesamt der chronische Kummer betreffend dann die ganze Lunge oder die Todesangst. Die Emotionen. Die Lunge ist ein zartes, verletzliches Organ. Sie muss geschützt werden. Man muss gut darauf aufgepasst werden. Denn sie leidet still. Entwickelt dann gerne chronischen Kummer. Empfindet Sehnsucht. Verliert an Lebenslust. Und manchmal sieht man dem Tier das gar nicht so an. Man hat vielleicht ein Pferd, was absolut verlässlich ist. Das geht über die größten Hürden. Dann springt es mit einem. Man kann die Kinder damit loslassen. Es ist irgendwo immer gleich. Es ist nie extrem in der einen oder anderen Richtung. Es ist immer absolut verlässlich. Und gerade dieses Pferd könnte vielleicht an chronischem Kummer leiden. Genauso der Hund, der irgendwo aus dem Tierheim kommt und irgendwie sich ein bisschen absondert, mit den anderen nicht so zangt um irgendwelche Leckerlis, sondern immer so ein bisschen hinten dran ist. Man übersieht den manchmal, weil die Lunge so zart und verletzlich ist. Sie zeigt sich meistens nicht so. Themen sind, gehöre ich überhaupt noch hierher? Ich fühle mich verzweifelt. Ich habe eine Trennung nicht bewältigen können. Und ich fühle mich total enttäuscht. Und dann wird die Lunge auf einmal ganz still und fängt an, Hauptprobleme zu entwickeln. Oder sie fängt an zu husten. Es gibt ein sehr schönes Buch, das nennt sich Neue Homöopathie für Tiere von Petra Neumeyer und Roswitha Stark. Daraus habe ich mal diese Themen genommen, weil ich die sehr interessant finde, die man sich für die Lunge fragen kann. Man könnte sich fragen, haben oder hatten wir, mein Tier und ich, schon einmal Todesangst oder große Angst? Halten wir an einer nicht bewältigten Trennung fest? Sind wir voller Trauer? Sind wir unfrei enttäuscht, verzweifelt, isoliert? Haben wir keine Lebenslust oder keine Daseinsberechtigung? Bleibt uns verschreckt die Luft weg. Ziemlich harte Themen für die Lunge. Da muss man erst mal seufzen, um seinen Schuh wieder zu bewegen. Um aus dieser Trauer, aus dieser Isolation wieder rauszukommen. Tatjana fragt, Haarausfall beim Menschen. Könnte das auch Lunge bzw. Kummer sein? Das ist gut möglich. Es kann auch ein Essenzmangel sein, dass es so an die ganze Konstitution geht, dass einem da Energien geraubt sind, dass man vielleicht schon etwas älter geworden ist bzw. das hormonelle Geschehen sich verändert hat. Aber ich würde da vielleicht mal vorsichtig beim Haarausfall an ein Kummer- bzw. Lungenthema denken. Und Christine fragt, verändern sich die Atemgeräusche, wenn eine Erkrankung, die man sonst nicht auf sie zurückführt, auf die Lunge zurückzuführen ist? Ja, das kann durchaus sein, dass es irgendwie verändert ist. Und sei es nur irgendwo dieses richtige Durchatmen, was fehlt, dass man irgendwo nur in den Brustkorb reinatmet. Der Mensch würde dann die Schultern hängen lassen, würde nicht mehr so aufrecht gehen, würde sehr flach atmen. Und es kann auch sein, dass man immer dieses Seufzen hört bei Tieren und natürlich auch Gehäufter bei Menschen. Sind alle Hunde der Nachbarschaft, sind heute im Webinar. Draußen wält gerade Aila und unsere Hündin Julia hat schon mit ihrem Quietschi gespielt. Ich hoffe, dass man das nicht so extrem hier jetzt hört. Man hört es. Ja, ich kann das leider nicht abstellen. Ich hatte mit den Nachbarn mal ausgemacht, dass ich denen meine Webinarzeiten mitteile. Aber bei dem schönen Wetter muss man irgendwie auch draußen im Garten sein. Der Lungentyp ist eigentlich ausgeglichen arbeitswillig, der Lungenhund, die Lungenkatze, das Lungenpferd, total verlässlich. Die wollen arbeiten, die bringen ihre Leistung, bringen meistens eine sehr gute Leistung. Auch wenn die Lunge schon total erkrankt ist. Ich war letztens bei einem Pferd, das hatte Riesenlisten, hatte mega Ausfluss, Headshaking gezeigt, wenn es sich in Bewegung setzte, weil der Schleim dann lief. Und die sagte, also die Leistungsfähigkeit ist bei diesem Pferd immer noch top. Das passt eigentlich nicht, aber es passt zur Lunge. Die Lunge ist extrem leistungsfähig. Gut, nette Untermalung. Genau, jetzt hat sie auch aufgehört. Lungentypen behalten immer die Übersicht. Die gucken sich alles an, wissen, wo sie stehen, wissen, was jetzt deren Job ist. Die sind total dabei, aber auch irgendwo entspannt, gechillt. Sie zünden entspannt, sind nicht hyper-hyper, sind nicht überängstlich, sind nicht aggressiv. Sie sind einfach total verlässlich. Aufmerksam, arbeiten gut mit. Sind Neuem gegenüber vorsichtig. Aber nicht so, dass die jetzt durchgehen oder sich total erschrecken oder der Hund wird zum Angstbeißer und bellt das die ganze Zeit an. Nein, er guckt sich das vorsichtig an und schaut, ist das irgendwie was Gefährliches oder kann ich da jetzt hingehen. Eigentlich sind sie selbstsicher, lassen aber gar nicht so raushängen, sind also keine Diktatoren, stehen so über den Dingen. Sind immer unauffällig. Da muss man sehr darauf aufpassen, dass man den Lungentyp nicht übersieht mit seinen Erkrankungen. Er wird schon dafür sorgen, dass man es sieht. Er wird sich kratzen, wird rot sein, wird irgendwo suppig sein, wird blühen, dass man sagt, oh, jetzt sehe ich das gerade. Oder er wird vielleicht bellend husten, damit man es doch irgendwie mitkriegt. Lungentypen sind immer sehr zuverlässig, klug, intelligent, haben trockene, klare Gelenke, keine Ödeme, nichts Angelaufenes, ruhige Augen, häufig wenig Muskulatur, das ist nicht negativ gemeint, die sind athletisch. Ich sage mal so wie die Yoginis, so ein Yoga-Mensch oder eine Yoga-Frau, hat ja nicht Muskeln wie Arnold Schwarzenegger, sondern die sind eher sehnisch, athletisch. Lungentypen sind anfällig für Überforderung. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil sie so leistungsbereit sind, dass man sie nicht überfordert. Sie kriegen schnell Haut- und oder Lungenprobleme. Doof ist es, wenn es beides ist. Neigen zu trockener, schuppiger Haut, jucken sich dann, kratzen sich dann und sind anfällig für Trauer und Kummer. Andere Typen aus der chinesischen Medizin stecken vielleicht Trauer und Kummer besser weg und sagen, okay, das ist jetzt so, das ist sehr schade, ich bin darüber auch traurig, aber ich trauere jetzt nicht zehn Jahre, sondern ich kann auch damit abschließen und das Leben geht weiter und ich orientiere mich jetzt irgendwie nochmal neu und mache das Beste draus. Dann werden die mit der Lunge oder mit der Haut nicht so leiden. Der Lungentyp, den nehme ich gern als Pferd, weil so viele Pferde Lungenstörungen haben. Wenn ich als Therapeutin nur die Lunge behandle, vielleicht die Haut mit reinnehme, das Sommer-Exem, die Mauke und so weiter, dann habe ich eigentlich den ganzen Tag zu tun und könnte von morgens bis abends unterwegs sein für die Pferdetherapie. Der Lungentyp denkt, mir bleibt die Luft weg. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich leide unter Trauer, Kummer. Ich bin verschlossen, ich sondere mich ab. Die Wandlungsphase ist das Metallelement, der Panzer. Und der Partner, das Partnerorgan ist der Dickdarm. Die Lunge ist mit dem Dickdarm sozusagen verheiratet. Das heißt, hier sehen wir ganz wichtige Dinge. Die Darmflora, die Funktion des Dickdarms, dass alles gut läuft, gut besiedelt ist. Und wir sehen, dass häufig eine Darmsanierung das Hautproblem wegbekommt, ausheilen kann. Ich habe schon Tiere behandelt, wo wir nur den Darm saniert haben. Und das Sommer-Exem war zum Beispiel weg. Oder das atopische Eczem des Hundes oder die Malassezien-Ohren waren auf einmal richtig gut. Der Lungentyp ist teilnahmslos, hat irgendwie mit der Welt abgeschlossen, kein Interesse an der Umgebung. Der hat sich irgendwie aufgegeben. Es sind Einzelgänger, die lieber alleine sind, witzigerweise aber auch nicht alleine bleiben können. Das heißt, auf der Weide steht der Lungentyp abgesondert von den anderen. Wenn er dann aber ganz alleine bleiben soll, weil alle anderen in den Stall gehen, dann ist ihm das auch nicht recht. Dann schreit er doch nach den anderen. Also so eine gewisse Gesellschaft braucht er dann doch. Sie leiden sehr, wenn ein Freund nicht mehr da ist. Und sind auch häufig wirklich so Freundes-Tiere, die einen Freund brauchen. Den kann man aber nicht irgendeinen anderen Freund vorsetzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier der neue Freund wert. Oder der neue Freund als Hund. Und das funktioniert natürlich nicht. Gerade nicht bei den Katzen, dass man sagt, Mensch, jetzt ist der Kater-Tiger nicht mehr da. Jetzt nehmen wir hier irgendwie eine junge Katze, PP oder so. Das funktioniert nicht. Und da werden sehr viele Katzen richtig massiv krank, weil sie den anderen dann gar nicht annehmen können. Lungentypen sind eigentlich nicht wirklich verschmust. Die sagen sich, ich lasse das über mich ergehen, aber so toll finde ich das alles gar nicht. Im Winter haben sie Atemwegsprobleme, im Sommer dann leider meistens Hautprobleme. Und das wechselt immer ein bisschen. Sie können Probleme mit Leitbahnen und Gefäßen haben. Die Lunge kontrolliert die Leitbahnen, die Meridianen, auf denen sich die Akupunkturpunkte befinden, und auch die Blutgefäße. Sie hilft dem Herz bei der Blutzirkulation. Und wenn die Lunge stark ist, dann funktioniert der Qi-Kreislauf und der Blutkreislauf optimal. Das Tier ist gut durchwärmt, alles ist gut durchblutet. Der Mensch bekommt meistens kalte Hände bei Störungen der Lunge. Die Hände sind schlecht durchblutet. Der Hund, kalte Pfoten, kalte Vorderpfoten, das Pferd, kalte Hufe. Eiskalte Beine, eiskalte Hufe. Das Lunge schwach kann es das Blut nicht vorantreiben. Und dann kann man das wirklich richtig messen. Mit einem Thermometer zum Beispiel, mit einem Laser-Thermometer, könnte man jetzt wirklich ablesen, dass die Gliedmaßen unten vielleicht zwei Grad kälter sind. Ihr kennt kalte Hände von Menschen, die euch die Hand geben, wo ihr denkt, das ist aber irgendwie jetzt hier so eine Zombie-Hand gewesen. Dracula lässt grüßen, ganz kalte Hände. Meistens haben die eine Störung energetisch dann in ihrem Lungen-Funktionskreis. Heißt nicht, dass der Arzt oder der Tierarzt dann das bestätigen könnte. Das ist dann wirklich eine energetische Störung. Es gibt einen schönen Akupunkturpunkt, den Meisterpunkt der Blutgefäße. Das ist der Lunge 9, den man dann aktivieren kann, um die Durchblutung, besonders im Endstrombereich, zu fördern. Bei Hufrehe des Pferdes zum Beispiel ganz wichtig. Die Lunge sorgt dafür, dass Qi und Flüssigkeiten absteigen können. Sie liegt ganz oben beim Menschen. Es ist sozusagen ein Deckel, ein herrlicher Deckel. Das Qi muss dann absteigen. Ich atme das ein. Und meine Niere empfängt jetzt dieses Qi und hält es fest. Hört sich ziemlich bescheuert an, rein westlich gesehen. Es hört sich blumig an, aber die Chinesen haben sehr viel beobachtet. Und die haben auch gesagt, auch die Niere muss sehr stark sein bei chronischen Lungen-Funktionsstörungen. Denn wenn die das Qi nicht empfangen kann, dann steigt das wieder auf und führt zu Husten, Asthma, Kurzatmigkeit, Brustdruckgefühl. Es kann aber auch sein, dass der Partner der Dickdarm, der Mann der Lunge sozusagen, dann auch nicht genügend Energie empfängt und kann vielleicht den Kot nicht richtig absetzen. Bei älteren Menschen hat man das Problem, dass man immer darauf achten muss, dass die dann noch auf die Toilette gehen können, dass man es fördert. Bei den älteren, dickeren Tieren ist es genauso. Besonders, wenn sie wenig Bewegung haben, weil sie keine Lust haben. Ich denke da an ältere Katzen, die vielleicht einmal die Woche auf ihre Katzentoilette gehen können und das sonst gar nicht gut hinkriegen, weil eben die Energie von der Lunge nicht vernünftig in den Dickdarm fließen kann. Auch hier kann man zum Beispiel über Punkte wie Lunge 7 das Fördern ein bisschen vorantreiben, bis das etwas besser flutscht. Manchmal kann sogar der Harn dann schlecht abgesetzt werden und wir haben gesagt, die Lunge hat mit Flüssigkeiten zu tun. Die Lunge kontrolliert die Haut, befeuchtet die Haut, dass sie nicht juckt, kontrolliert den Zwischenraum zwischen Haut und Muskeln, wo das Abwärtsschi sich befindet. Sie sorgt dafür, dass Schwitzen vernünftig passiert. Ich kann sie also etwas ausschwitzen lassen oder ich kann die Poren auch wieder schließen, damit eben halt pathogene Faktoren nicht so schnell auf die Lunge einwirken können. Starkes Lungenschi bedeutet starkes Abwärtschi. Ganz wichtig, auch für uns Menschen. Beim Schwitzen geht das verloren. Die Poren sind Tore des Chis. Und dann müssen wir die Poren vielleicht schließen. Der Porenpunkt Lunge 7 wäre das dann. Die Lunge verteilt Flüssigkeiten zur Haut und gibt ihr Glanz. Ich kann also anhand der Haut des Menschen erkennen, wie es der Lunge eigentlich geht. Ziemlich spannend. Sie zeigt sich in der Körperbehaarung im Fell, verteilt Flüssigkeiten zum Fell. Der Zustand des Fells ist der Zustand der Lunge. Wir wollen ein schönes glänzendes Fell. Wir wollen, dass die Pferde jetzt durchgeharrt haben. Es gibt immer noch Pferde, die das noch nicht komplett getan haben, die immer noch ein bisschen Winterfell haben. Oder es gibt Pferde mit sehr trockenem, sprödem, nicht glänzenden Fell. Genau so geht es natürlich Hunden und Katzen. Wobei wir diese Zeiten des Haarens manchmal nicht so extrem deutlich haben. Gerade bei der Katze, weil sie eben halt manchmal gar nicht rausgeht. Das Fell wird dann brüchig und trocken. Sie öffnet sich in der Nase, die Lunge. Ein starkes Lungenschieb bedeutet freie Nase, leichte Atmung und normaler Geruchssinn. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass das Tier gut riechen kann. Manchmal ist es so, ein Tier frisst nicht richtig, weil es vielleicht schlecht riechen kann. Weil die Nase total verstopft ist. Ihr kennt das von euren Erkältungen. Da schmeckt die Schokolade noch nicht mal. Es ist dann irgendwie alles ein bisschen fad. Die Lunge öffnet sich in die Nase. Wenn die Lunge harmonisch ist, kann die Nase riechen. Ich habe mal einen Hengst behandelt, der irgendwie nicht mehr richtig decken wollte. Der hatte eine hohe Decktaxe. Das heißt, die haben gut mit diesem Hengst auch verdient und haben natürlich alles drangesetzt, dass der sich auch für andere Stuten interessiert. Der hatte so eine Lieblingsstute und die anderen Stuten haben den nicht wirklich interessiert oder heiß gemacht. Und da habe ich auch die Nase geöffnet, damit der besser riechen kann. Und dann waren auch andere Stuten wieder für ihn interessant. Und er hatte auch Lust, diese Stuten dann zu decken. Franziska fragt, wenn Hunde im Alter schlechter riechen, Hinweis auf Lungenprobleme oder Alterungsprozess. Im Alter ist es so, dass die Nieren Energie extrem abnimmt. Die Niere wird geschwächt. Es kommt zu Eintrübungen der Augen, zu Arthrosen, zu Muskelatrophie, zur Schwerhörigkeit. Die Niere öffnet sich in den Ohren. Und wenn es so ist, dass der Hund schlechter riechen kann, dann schwächt sich da auch auf jeden Fall die Lunge mit. Das wäre dann wirklich der Bereich Lungedickdarm, der auch in die Schwäche geht, was normal ist für das alternde Tier. Irgendwann soll man ja auch so gealtert sein, dass man vielleicht harmonisch versterben kann und dass das ein normaler physiologischer Vorgang dann ist. Im Alter die Niere stärken. Genau, richtig. Mit zum Beispiel dem Tonisierungspunkt der Niere, mit Niere 7. Das gibt den wundervollen Lenker 4, Ming Men, den man wunderbar moxen kann. Der Geruch der Lunge ist faulig. Zum Beispiel eitriger Auswurf. Der Geruch ist auch irgendwie metallisch. Manchmal riecht ein Durchfall metallisch. So ein bisschen. Es riecht natürlich alles irgendwie nicht gut, aber manchmal riecht man ein bisschen dieses Metallische in den Absonderungen der Tiere. Die Farbe der Lunge ist weiß. Weiß ist das Metall-Element. Weiß ist die Farbe der Trauer in China. Der Geschmack der Lunge ist etwas Scharfes. Das heißt, die Tiere mögen dann ganz gerne etwas Scharfes beziehungsweise das Scharfe ist dann therapeutisch. Wir kennen alle Pfefferminztee. Die haben wir sicherlich alle schon einmal getrunken. Manch einer nimmt Zink vielleicht mit dazu. Cayenne-Pfeffer, Curry, Chili, etwas Scharfes. Ingwer ist auch scharf. Knoblauch auch. Das öffnet die Poren, dass man rausschwitzen kann. Meerrettich zum Beispiel. Und ich habe schon manch eine Erkältung beim Thailänder gelassen, indem ich da etwas sehr Scharfes gegessen habe. Und habe es dann rausgeschwitzt. Die Nase lief wie bescheuert. Und dann war auch die Erkältung gleich wieder verflogen. Und Ila fragt, wenn etwas Scharf riecht, wäre das auch das Metall-Element? Ja. Weil wir riechen diese Schärfe dann zum Beispiel in dem, was wir zu uns nehmen. Und an den Auswürfen habe ich das Scharfe noch nicht so gerochen. Da war es eher so eitrig, metallisch. Genau, bei der Erkältung Ingwer-Tee. Ganz genau. Ingwer ist ja auch wärmend. Bei Wind, Kälte. Das Klima ist die Trockenheit. Das tut der Lunge nicht gut. Das schädigt das Lungen-Yin. Das Yin kühlt und befeuchtet. Und es kommt dann zu einer zu entzündeten Schleimhäuten, zu trockenen Schleimhäuten, die dann das Tier zum Husten bringen. Ich habe hier noch einen wundervollen Heilpilz mit reingenommen. Den Reishi-Pilz. Ein chinesischer Vitalpilz. Ganoderma lucidum. Ein wunderschöner Pilz, den man verfüttern kann. Den man auch selbst nehmen kann. Ich nehme selber gerne Reishi, denn das ist der Pilz des ewigen Lebens. Also dann würde ich hier auch noch in 400 Jahren sitzen und meine Webinare halten können. Das ist der glänzende Lackporling Lingzi in der traditionellen chinesischen Medizin. Der 10.000 Jahre-Pilz. Also ich habe noch so einiges vor. Pflanze der Unsterblichkeit. Geistpflanze in der chinesischen Medizin. Manuela ist schon glatt dabei und macht mit. Dann musst du auch Reishi nehmen, damit auch du dann in 10.000 Jahren noch dabei bist. Wir haben eine sehr alte Medizin. Die traditionelle chinesische Medizin ist auf dem Schamanismus begründet worden. Da hat man sehr viel mit Geistern und Dämonen gearbeitet. Und die traditionelle chinesische Medizin ist mindestens 4.000 Jahre alt. Und der Schamanismus 50.000 Jahre. Das heißt, die Chinesen haben schon so unglaublich viel gewusst. Und haben schon Zusammenhänge erkennen können, wo ich sage, das ist schon unglaublich, dass man all das über den Körper wusste. Genau, super, sehr schön. Ginseng ist ein starkes Tunikum. Reishi ist wesentlich stärker. Reishi hat auch schon Hildegard von Bingen gekannt. Und Hildegard von Bingen ist für mich ein ganz, ganz großes Phänomen, was diese Frau wusste. Das ist irgendwie auch nicht so von dieser Welt. Und Hildegard von Bingen ist für mich die größte deutsche Schamanin, die es jemals gegeben hat. Und die hat einfach gesagt, das hat Gott mir eingeflüstert. Und so hat sie sich eigentlich vor dem Scheiterhaufen bewahrt. Und konnte also sehr alt werden und den Menschen unglaublich viel da lassen. In wirklich einer sehr, sehr alten Zeit. Und wo kann man den Reishi kaufen? Das muss eine gute Qualität sein. Genau, es gibt auf jeden Fall Biopilze. Das ist die Firma Wohlraab, die man nehmen kann. Wohlraab hat eine Bio-Qualität. Ich nehme mal ganz gerne Havlik. Dann gibt es die Myco Nutri. Die kommen aus England. Die werden über Herma Natura vertrieben. Eine Firma, die ich sehr mag, weil ich die Menschen sehr mag, die dort arbeiten. Dann gibt es die Firma Wetterm. Mit sehr guter Qualität. Was gibt es noch? Petra Scharrel hat eine Firma gegründet. Die nennt sich Myko-Plan. Genau, Myko-Vital gibt es. Myko-Plan ist von Petra Scharrel. Von einer ganz lieben Kollegin, die ich sehr schätze. Die bestellt man dann aus der Schweiz. Und ich muss gestehen, ich bin immer ganz bequem. Und bestelle ganz gerne bei Havlik. Und gucke mir dann über medizinfuchs.de an, wer ist gerade der günstigste Anbieter. Oder eben halt über Herma Natura, die Myko Nutris. Gibt es sowas auch von Bärbild Rechsel? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Musste ich tatsächlich dann auch googeln. Jetzt bin ich den Faden verloren. Genau, es sind ein paar Anbieter. Medizinfuchs.de. Kennt ihr wahrscheinlich. Da kann man dann eingeben, was man haben möchte. Und die haben momentan unschlagbar günstig eine Firma, die heißt Vita World. Und da haben wir jetzt schon für Kunden bestellt, die nicht so sehr viel Geld haben. Die gibt es dann momentan zum halben Preis. Mit sehr gutem Erfolg. Die haben also einen Extrakt 500 Milligramm. Und wir haben das ausprobiert an einigen Patiententieren. Und die Erfolge waren wirklich super. War total okay. Es gibt die Pilze, wenn wir hier das schon vorwegnehmen, einmal als Pilzpulver. Dann gibt man den gesamten gemahlenen Pilz, inklusive Mycel und Fruchtkörper. Es gibt die Pilze aber auch als Extrakte. Jetzt scheiden sich total die Geister. Was ist gut? Was ist schlecht? Nur das? Nur dies? Ich bin ein Ausprobierer. Das Pulver ist so, dass es tonisiert, aber es braucht länger. Dafür ist es aber auch mehr Pflanz, also mehr Pilz. Pilze sind ja eigentlich gar keine Pflanzen. Mehr Pilz. Weil alles drin ist vom Pilz. Wenn wir ein Extrakt nehmen, dann ist das chemisch verändert, extrahiert und so weiter und so fort. Es wird noch Vitamin C meistens dazu gegeben, damit der Pilz oder das Extrakt dann gut genutzt werden kann. Dann habe ich eigentlich ein Naturprodukt, welches ich chemisch verändere. Die Extrakte aber wiederum sind wirksamer, schneller wirksam. Das heißt, ich gucke mir immer an, was möchte ich behandeln. Muss ich relativ schnell Erfolge haben, dann gebe ich das Extrakt, weil es ganz schlimm ist. Wenn es nicht ganz so schlimm ist und ein bisschen auch dauern kann, bis die Heilung eintritt, dann gebe ich gerne das Pulver. Das heißt, ich gucke mir an, was habe ich für einen Fall und entscheide das dann. Und dann fragt Margret, wie lange geben Kurweise? Genau, ich mache ganz gerne Kuren von drei Monaten. Nach drei Monaten soll auch schon eine deutliche Besserung sichtbar sein. Und das kann man Kurweise machen. Man könnte Reishi auch lebenslang nehmen. Man kann auch alle Pilze der chinesischen Medizin immer mal im Wechsel nehmen. Der Cordyceps für die Niere ist zum Beispiel auch ganz toll. Und rechnet mal erst mal mit drei Monaten. Schaut euch den Fall dann wieder an. Wie geht es dem Tier? Ist es jetzt gut? Kann man ihn absetzen oder vielleicht noch ein bisschen weitergeben? Und Julia fragt, um auf die Dosis fürs Pferd zu kommen, braucht man ja recht viel und dann kostet es ja wieder einiges. Ja, genau, aber eben nicht, weil das Pferd als Pflanzenfresser einen anderen Stoffwechsel hat. Und beim Pferd ist es so, dass wir da sagen können, den kann ich also von dem Pulver, wenn ich die Kapseln nehme, sprechen wir mal eben von Extrakt, kann ich denen auch zum Beispiel dreimal täglich eine Kapsel geben. Das mache ich zurzeit mit Vita World. Das sind 500 Milligramm Extrakt. Die kriegen drei Kapseln pro Tag. Oder wenn es ganz schlimm ist, auch mal zweimal täglich drei Kapseln. Das sind also maximal sechs Kapseln. Das geht alles noch vom Preis her. Das kann man noch vertreten. Und ansonsten steht hier beim Pferd 5 bis 8 Gramm pro Tag. Das ist dann das Pulver. Und 100 Gramm Pulver von Havlek über eine Versandapotheke kostet round about 15 Euro. Das ist also auch nicht so viel von den Kosten. Das ist absolut vertretbar. Das machen die meisten auch mit. Und Nathalie fragt, gibt es nicht auch Kontraindikationen, die gegen eine Gabe der Pilze sprechen? Genau, auf jeden Fall. Das heißt, hier gucke ich natürlich, wenn ich zum Beispiel ein Tier habe mit schweren Herzrhythmusstörungen, mit Krebs im Endstadium, ich möchte dem irgendwie ABM geben, das versuche ich natürlich dann mir genau anzugucken. Und da wäge ich ab, gebe ich da jetzt noch den Pilz rein oder nicht. Beim Reischi, wenn wir den nutzen für den hustenden Patienten, der jetzt nicht extrem Herz-Kreislauf geschädigt ist, oder für den Juckreizpatienten, dann können wir ihn auf jeden Fall geben. Es spricht nichts dagegen. Auch für Kaninchen auf jeden Fall geeignet. Und ja, dann ist die Dosis natürlich gering, nur dass wir Hunde unter 10 Kilo nehmen, Katzen das vom Gewicht dann tatsächlich umrechnen. Reischi ist eigentlich ein Speisepilz, bei dem man essen könnte, der aber nicht besonders gut schmeckt. Viele nehmen den auch als Pulver, müssen sich das dann als Mensch ins Wasser trinken, den. Es ist einfacher, den in Kapselform zu schlucken. Genau, Kaliumanreicherung, bei Nierenschaden, Übelkeit. Ja, genau. Wenn wir so schwere Pathologien haben, wir sprechen jetzt erstmal über Haut und Lunge, gehen davon aus, dass unser Patient aber nicht schwerst geschädigt ist. Dafür können wir den Reischi auf jeden Fall geben. Und man kann ihn auch Schafen oder Ziegen dann geben. Wenn wir bei Schlachttieren, müssen wir natürlich schauen, wie sieht es damit aus mit dem Umwidmen und so weiter. Bei mir ist es immer so, dass ich eigentlich keine Schlachtpferde in der Behandlung habe. Und bei Hund und Katze ist es ja auch so, dass das dann eben halt keine Rolle spielt. Reischi, ein adaptogener Pilz bei Stress, reduziert die Stressintoleranz, sorgt dafür, dass das Tier nicht so stark auf Stress reagiert. Er ist antidiabetisch. Hier haben wir natürlich dann Dinge, die wir beachten müssen beim Diabetiker. Wie sieht es da aus? Wie viel Insulin bekommt der? Wie oft wird gemessen? Und hier muss ich dann natürlich eigentlich so ziemlich täglich nachmessen. Wie steht es hier um den Blutzuckergehalt? Spielen jetzt diese beiden Medikamente gegeneinander? Potenzieren sie sich? Muss ich das eine da irgendwie reduzieren? Und da würde ich dann erstmal sagen, okay, entweder machen wir das eine oder das andere. Wenn der schon auf Insulin ist, würde ich den da sicherlich erstmal lassen und mich ganz vorsichtig rantasten. Genau, wenn der Reischi dann hier auf der Wiese wächst. Reischi ist antikancerogen, also gegen Krebs, Tumor, Metastase, hemmend. Sehr spannend, das können eigentlich alle Vitalpilze auf ein Krebs- und Tumorgeschehen, Metastasen einwirken. Meistens kriegen wir es nur nicht rechtzeitig mit. Meistens sehen wir das im Endstadium als Therapeut, wenn es dem Tier schon extrem schlecht geht. Er ist antibakteriell, Staphylokokken, Streptokokken, MRSA. Ganz, ganz spannend. Antiviral, Herpes, Hepatitis HIV, sagen die Humanstudien. Antipilz, antimykotisch gegen verschiedene Pilze, auch gegen den Hautpilz zum Beispiel. Da kann man ihn auch topisch auftragen, indem man ihn mit etwas Wasser anrührt und dann auf die Haut aufträgt. Er ist entzündungshemmend, schmerzlindernd, sorgt dafür, dass nicht so viel Histamin bei Allergien ausgeschüttet wird. Und er ist immunmodulierend, das heißt, er beruhigt das Immunsystem, dass es nicht mehr so überschwänglich bei Allergien reagieren kann. Er ist erschöpfungshemmend, leistungssteigernd, ist also ein sehr tunisierender Pilz, der Kraft gibt. Eigentlich natürlich dann ein Dopingpilz, das heißt, vor dem Turnier sollte ich den eine Woche lang vorher absetzen. Genau, es muss ein gewisser Abstand zwischen letzter Gabe und Schlachtung dann sein. Ich würde den eine Woche vorher dann absetzen. Tschüss. Wir sind auch gleich fertig. Ich hoffe, es geht noch von der Aufzeichnung. Irgendwann macht Adiolib dann dicht, aber nicht vier Minuten nach, sondern ich glaube um Viertel nach, dann geht das hier automatisch irgendwie aus. Reishi ist ein Pilz, der die Leber regeneriert. Sehr spannend, also nicht nur auf die Lunge wirkt, sondern zusätzlich die Leber saniert. Und das sehr, sehr angenehm. Er schützt Nieren und Herz, entgiftet, hemmt Entzündungen, egal wo die sind. Die können im Bewegungsapparat sein, aber auch im Magen-Darm-Bereich, im Partner-Dickdarm. Es könnte eine rheumatische Erkrankung dahinter stecken. Und er sorgt dafür, dass das Blut Sauerstoff besser aufnehmen kann, besser mit Sauerstoff gesättigt ist. Man kann ihn bei Herzrhythmusstörungen einsetzen, kann das Herz damit tonisieren. Er schützt das Herz. Wir nutzen ihn bei Asthma, chronischer Bronchitis, Husten und Atemnot. Und gerade bei chronischer Bronchitis, chronisch abstruktiver Bronchitis wirkt er sehr, sehr, sehr gut. Manchmal dauert das ein bisschen oder sagt der Kunde, vielleicht nur, das tut sich überhaupt nichts. Und vielleicht nach vier oder sechs Wochen wird es dann so langsam besser. Laura fragt, kann man den Pilz auch nutzen, wenn ein Pferd ständig aufgebläht ist? Ja, das kann man tun, indem man hier mit den Darm saniert. Und es wäre dann Herizium, auch noch ein weiterer Pilz, der sehr schön auf den Darm wirkt. Herizium wäre das, den man vielleicht dazugeben könnte, eins zu eins oder vielleicht nur Herizium geben. Genau, bei Herzschwäche ist Vorsicht geboten. Nicht beim Reishi, sondern sprechen wir jetzt einfach von einem Tier mit extremer Herzschwäche, richtig mit Kreislaufversagen, mit extremer Herzinsuffizienz, dass der uns da also fast umfällt. Oder mit starken Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern ohne Ende. Und es geht dem Tier gerade extrem schlecht. Dann ist natürlich mit jeglicher Therapie Vorsicht geboten. Egal, was wir machen, ob wir Nadeln setzen mit der Akupunktur, homeopathisch arbeiten und so weiter. Das heißt, das Tier sollte natürlich dementsprechend überwacht werden. Und der Therapeut muss für sich auch abschätzen können, kann ich das jetzt noch dem Tier geben oder ist das vielleicht alles zu viel. In diesem Sinne ist er auf jeden Fall herzstärkend. Bei Herzrhythmusstörungen nehmen wir an, dass die vielleicht moderat sind. Dann können wir den Reishi auf jeden Fall geben. Bei Intensivpatienten, ganz klar, da machen wir das mit dem Tierarzt zusammen. Da hole ich auch immer das OK des Tierarztes ein, der dann sagt, pass auf, das kannst du jetzt machen. Das finde ich okay, dann hat der das abgesegnet. Okay, ich wünsche einen schönen Abend für die, die schon langsam gehen. Genau, wir haben etwas überzogen. Tatjana fragt, dürfte der Pilz in Verbindung mit Blutverdünnern gegeben werden? Prinzipiell nein. Sprechen wir auch vielleicht von Menschen. Sollte man nicht machen. Ich kenne aber Menschen, die das getan haben. Entschuldigung, ich muss mal in Husten. Die das getan haben und da ist dann nichts passiert. Aber da war es auch ein Therapeut, der das für sich dann so abgeschätzt hat. Ansonsten, wenn das ein Mensch ist mit Blutverdünnern, müssen wir sowieso generell vorsichtig sein mit allem, was wir geben. Und natürlich ist es so, dass naturheilkundliche Medikamente mit westlichen Medikamenten da konkurrieren. Und manchmal irgendwelche Verbindungen eingehen, die wir gar nicht haben wollen. Und häufig ist es auch so, wir geben irgendetwas Naturheilkundliches dem Tier, welches da voll eingestellt ist auf westliche Medikamente. Und dann stört das Naturheilkundliche, die Aufnahme der westlichen Medikamente. Und es geht vielleicht dem Tier in dem Moment wesentlich schlechter. Und wir können uns das eigentlich gar nicht erklären. Das heißt, wir gucken immer als Therapeut, was bekommt das Tier und verträgt sich das Ganze oder sollte ich da jetzt lieber Abstand von nehmen. Franziska fragt nochmal, dann wäre die Dosierung zu viel, glaube ich, insgesamt für bei der Herzschwäche dann. Genau. Man kann dann, wenn es moderat ist, erstmal ganz leicht anfangen, kann sich erstmal einschleichen mit geringen Gaben. Die Plattform, das ist Mykoplan, ist das, die kommen aus der Schweiz und versenden nach Deutschland. Und ja, versenden wir auch in die Schweiz. Mykoplan. Genau. Und bei Asthma chronischer Bronchitis gut mit Cordyceps, schreibt Heike, ganz genau richtig. Das mache ich auch immer, dass ich den mit dem Cordyceps dann kombiniere. Vielen, vielen Dank für die, die jetzt schon gehen müssen. Genau. Okay. Gut. Machen wir nochmal eben die letzten Folien schnell fertig für die, die noch da sind. Reishi, innere Unruhe, Schlafstörungen. So, wenn das jetzt ein Mensch ist mit Schlafstörungen, wenn ihr schlecht schlafen nehmt, den Reishi danach kann man wunderbar schlafen. Das geht sehr gut. Dann Hauterkrankungen, Neurodermitis, Allergien. Okay, ja. Sagen wir mal, das Tier hat nichts anderes, in Anführungsstrichen. Dann können wir den Reishi auf jeden Fall geben. Neurodermitis verhindert die Histaminfreisetzung. 80 Prozent aller an Neurodermitis erkrankten Kinder reagieren positiv auf Reishi. Sehr, sehr spannend. Es gibt eine Mutter, die das ausprobiert hat. Die hatte ein Kind mit Neurodermitis, war völlig am Ende, nichts hat geholfen. Dann hat sie den Reishi ausprobiert, hat ihrem Kind also den Reishi dann gegeben und die Neurodermitis war weg. Er wirkt wirklich ganz, ganz toll auf die Haut. Ich war mal Schuppenflechten-Patient und habe auch super auf den Reishi reagiert. Da wollte auch irgendwie nichts helfen, so richtig. Und ich habe dann Reishi genommen und das war weg. Es kam auch nie wieder. Und das sah schon ganz deutlich aus, was ich da hatte an den Händen. Und jeder guckte mir so auf die Finger. Das war schon ziemlich hässlich, hat gejuckt wie Sau. Und Reishi hat es dann wirklich ausgeheilt. Er moduliert das Immunsystem. Man könnte sagen, er stärkt das Immunsystem, aber er harmonisiert es. Als wenn eben halt ein Tier allergisch auf bestimmte Dinge reagiert, war mir keine Stärkung, sondern eher eine Beruhigung. Einsatzgebiete Allergien. Pollen, Futtermittel, Schimmel, Inhalation oder Magen-Darm-Trakt. Zeigt sich dann in Form von Rusten oder Hautstörungen. Leber, Erkrankungen, Leber, Entgiftungsstörungen. Asthma, Bronchitis, Lunge. Er peppt auf, Erschöpfung, Müdigkeit, Altersbeschwerden. Na, wir werden 10.000 Jahre alt, wenn wir ihn nehmen. Anti-Aging vom Feinsten. Tonisiertes Immunsystem. Bei Infektionen zum Beispiel ist er gut. Herzrhythmusstörungen, ja. Nur dann in Abklärung mit dem Tierarzt. Arthrose Arthritis. Dafür können wir ihn nehmen, weil er gut durchblutet. Chronische Darmentzündungen. Kotwasser würde auch dazu gehören. Einen schönen Abend, tschüss. Diabetes, Krebs, hatten wir darüber gesprochen. Und wenn man ein bisschen Vitamin C hinzufügt, wird seine Wirkung noch erhöht. Und das machen die Hersteller eigentlich. Dann geben sie sowieso schon ein bisschen Vitamin C in Form von Acerola Kirsche zum Beispiel dazu. Auch bei ED. Wenn die ED schmerzhaft ist, dann ist es ja meistens auch schon die Arthrose, die sich auch bei der HD dann zeigt. Und da wäre er auch ein schöner Pilz, definitiv. Ja, dann kann man das ausprobieren. Einen schönen Abend, tschüss. Dann habe ich hier nochmal gesammelt, verschiedene Tumore, auf die wir eine Wirkung haben könnten. Da muss man immer gucken, dass man das rechtzeitig erkennt. Niemals sagen, jetzt haben wir da irgendwie ein Blasenkarzinom. Da können wir mit Pilzen das heilen und wegmachen. Wenn das funktioniert, ist das immer sehr, sehr, sehr schön. Man kann sich sehr, sehr, sehr freuen. Aber man muss es natürlich auch rechtzeitig erkennen. Colitis ulcerosa auf jeden Fall. Ja, und dann gerne mit Heritium kombinieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind durch. Gut, und es läuft auch noch. Ediudep hat uns noch nicht rausgeschmissen. Ich hoffe, dass es für euch etwas interessant war, dass ihr vielleicht für eure Tiere etwas mitnehmen konntet. Und ein bisschen Verständnis bekommen konntet für die traditionelle chinesische Medizin. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Es waren sehr viele in der Leitung. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Und dass auch fast alle geblieben sind und sich verabschiedet haben, wenn sie gegangen sind. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr Lust habt, lasst euch ausbilden von mir oder auch von anderen Dozenten der traditionellen chinesischen Medizin. Es läuft gerade eine Gruppe, die angefangen hat. Die hat zwei Abende gehabt. Da kann man noch einsteigen. Als kleine Schleichwerbung hier zum Ende. Ja, sehr, sehr gerne. Gerne mehr. Und es werden auch noch weitere kostenlose Vorträge kommen. Ich schmeiße das immer mal so alle, jedes Quartal in den Raum. Und wir können gerne weitere Organe der traditionellen chinesischen Medizin dann durchsprechen. Alles, alles Liebe auch in der Schweiz. Genau. Franziska fragt nochmal, ob ich so auch die TCM-Ausbildung mache. Ja, genau. Würde ich mal sagen. Ja, so in dem Stil läuft die Jahresausbildung ab. Genau. Teil 3. Ja. Und Angela auch. Genau. Sabine auch. Ich weiß. Ich arbeite an allen Bereichen. Konstitutionstypen, Schennstörungen. Ja, genau. Ist alles noch gespeichert. Wir arbeiten an meinem Klon. Klon Nummer 53 wird dann die Schennstörungen übernehmen können. Ja. Gerne. Okay. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Genießt das Wetter. Und genau. Ich werde euch informieren, wenn es wieder ein neues Thema gibt. Und Sabine, wir können gerne telefonieren. Bis dann. Macht es gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.